Sie haben ihn umgebracht, wissen Sie noch? War bestimmt nicht einfach, der Papierkram. Wovon sprichst du? Von dem, was sie mit meinem Bruder getan haben. Er lag im Koma, er hatte... Er hatte eine Chance. Dem ging es besser. Er hätte wieder aufwachen können. Das waren ihre Worte. Bei der Schwere seiner Verletzung wäre das Unsinn, sowas auch nur zu behaupten. Hör zu. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Aber eins weiß ich. Ich habe mein Bestes für deinen Bruder getan. Ihr Bestes also? Ja. Alles, was in meiner Macht stand. Warum erzählen Sie mir denselben Mist? Halten Sie mich für so dämlich wirklich? Sie haben gar nicht erst versucht, ihn zu retten. Denn es gab überhaupt gar keinen Zwischenfall, habe ich recht. Ich habe die Akten gesehen. Sie haben seine Organe entnommen, während er noch am Leben war. Stimmt's? Ich habe mich für Sie. Ich habe die Akten gesehen.